Dugan, Dugan, Dugan Dugan, Dugan 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Schraub. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Und wenn wir einfach etwas dazu geben können, dann können wir auch nicht wachsen. So können Sie sich da nicht, wir sind auf dem Boden machen und beurteilen. Also können Sie sich das rein und schließen. Aber Sie können nicht this, dass Sie mehr hier. Ich habe es nicht mehr in den Alten, aber das ist nicht mehr in den Alten. Nein, es ist nicht mehr in den Alten. Aber es ist nicht mehr in die Ausbildung der Plane. Es ist nicht mehr in die Ausbildung. Wir haben keine Ausbildung. Wir haben einen Klang, weil wir eine Ausbildung sind. Er ist egal, dass wir es nicht mehr in die Ausbildung sind. Wir haben, dass wir in den Alten verletzten, wir wollen jetzt die Ausbildung gehen. Was ist das für die Schachtel? Es ist ein Schachtel. Das ist die Schachtel. Das ist die Schachtel. Es ist ein Schachtel. Das ist noch ein Potenziel. Wenn man hier ein Potenzier qui braucht, dann macht man das viele vor. Das ist schon wichtig. Das war's für heute. Das ist unmöglich, dass es bei der Musik auf dem Weg kommt. Dieses Problem? Ich mache diese Wachstuhl nicht. Im Wachstuhl nicht. Im Wachstuhl nicht. Am Ende hat sich die Energie, ich habe diese Energie nicht mehr. Im Wachstuhl nicht mehr. Im Wachstuhl nicht. Die Energie ist der Abarthstone. Wie ist man? Das ist nur noch. Ich habe keinen Platz. Da ist er. Wenn Sie kommen, dann gehen Sie auf ein paar Schläge. Dann gehen Sie an, dann gehen Sie an, dann gehen Sie an, dann gehen Sie an. Dann gehen Sie an. Dann gehen Sie an. Amas wir. Hier sind wir, dass wir es mit dem A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Das müssen wir hier Whisper ausgehen. Das kann man durch den � neoß력 tanto erreicht. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ich frage mich an обычному abhavatel, was Sie heute zeigen, warum es wichtig ist und was in diesem Fall ist neu? ... Es braucht nur die Erwerb-Energienste. Dann arbeitet sie auf ihrer Erwerb-Energienste. Bein der persönlichen Hilfe. Ich weiß nicht, wie es man das kann, wie es sagen. Aber es ist wichtig, dass es diese Energieprobleme ist. Es ist die Autonomie, die uns jetzt 5 Kilowatt gibt, 40 Watt und 5 Kilowatt gibt. Aber in der Grunde, dass sie dann nichts mehr nehmen können, sie dann in ihrer Energie arbeiten. Es ist schwierig, dass sie diese Autonomie nutzen können. Diese Autonomie nutzen können wir in elektronischen Wörtern. Es gibt keine Wörteren, die bei den Stolben, auf dem Flugzeug, auf dem Flugzeug, auf dem Flugzeug, auf dem Flugzeug. Und man kann etwas mehr durchgehen und weitergehen. Aber das ist dann. In Zukunft. Weil es ist Energie. Nichtscherpamame. Nichtscherpamame Energie wird von Kosmos. Die Oklose ist in der Nähe. Die Energie ist schon übernommen. Wie kann man das nicht ausfügt? Wir haben 200 Kilowatt. Aber jetzt können wir einfach sagen, dass wir nach dem letzten Experimenten haben, wenn wir 200 Kilowatt bekommen haben, dass wir jetzt alles in die Welt können, dass wir jetzt alles in die Welt können. Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Sie sagen, dass man viele Probleme решiert. Kann man die Lokal-Gruzienische Energiekrisis решieren? Sie denken, dass krisis уже решiert? Ich denke, dass, wenn es die Regierung, dass sie das machen müssen, dann muss man das Geld für das Geld. Maksimum 1,5-2 Jahre und Gрузien keine Energiekrisis braucht. Es gibt keine Energiekrisis. Es gibt keine Energiekrisis. Ja, sie wird auch noch verdient. Oh Gott, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Wie sagen wir es so? ... ... ... ... ... ... ... ... Aber dann kam es nach mehr. Das heißt, dass die Minderung mehr mit Schmutz sind. Nichts, ob es nicht. Es hat gesagt, dass es wird elektrifiziert. Es kann die Mörderung anstrengieren, weil wir die Hörsaal centralen. Wir werden es mit dem Gelegenheit gelegt. das ist und die 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 nicht aber nicht die nicht Ich weiß nicht, dass wir diese установung und diesen Prinzip nicht verwendet haben. Jetzt, wenn Sie können, erzähle ich mir, nicht als Journalist. Okay. Wir machen hier die Akkumulatur. Wenn wir eine Akkumulatur sagen können, können wir sagen. Hier ist der Akkumulatur. Wir werden wir mit dem Akkumulatur. Dann haben wir den akkumulativen, auf den wir den akkumulativen. Wir haben den akkumulativen, auf den wir den akkumulativen. Und wir haben den akkumulativen. Aber dass wir ihn nicht verletzten, braucht es eine, so sagen, eine Energie, und dann auch akkumulativen. Wir haben den akkumulativen. Das kann man so machen, dass wir alles in der Installation machen. Wir brauchen die erste, auch von der Akkumulativen, von der Akkumulativen, von der Akkumulativen. Dann bekommen wir die Energie, die wir nicht verdienen. Wenn wir die Akkumulativen machen, 5 Kilowatt, das ist normalerweise, so sagen wir, dass wir die Akkumulativen machen können. Wir wissen, dass wir die Akkumulativen machen können. Aber jetzt haben wir ihn verletzten. Wir wissen, was sind in der Akkumulativen? Was ist die Akkumulativen, das ist die Akkumulativen? Ich habe das nicht so, dass ich das jetzt nicht so, dass ich das jetzt nicht so, dass ich das jetzt nicht so, aber auch schon mal vor dem Experiment. Und das, glaube ich, das, das alles, das Baten-Tengizir hat, der Hauptenergetik, der Politechnische Universität Gрузien, Er hat mir gesagt, dass er nicht gedacht hat, dass blüchst die Töcke in dieser Instanung arbeiten. Ich habe sie nicht, dass sie, so sagen wir es, sondern sie zazemelte. Vorher haben wir einen kleinen Kontur, der in der Instanung ist, und wir haben sie nicht, dass ich keine blüchst die Töcke habe. Ich würde sagen, diese Energie geht in die Wie erwähnt ihr die Veröffentlichung? Ich würde nicht sagen, dass es meine Veröffentlichung ist. Aber ich habe etwas gefunden, das ist, das Nikola Tessler. Und er hat sich auch so gewohnt, weil er so viel für Menschen ist. Aber er hat sich heute verletzelt. Es gibt viele Wissenschaftler, ich glaube, dass sie von ihm etwas überrascht haben. einem что-то очень чего вот ему посвящается это его это его установка это его работа но он боялся того что люди друг друга уничтожить если он дал бы эту установку 100 120 лет тому назад люди но он там же и говорит своем последнем письме что моё изобретение умрет вместе со мной что именно вот это изобретение начало во всяком случае этого изобретения заложил потому что это не над его изобретением все это будто над его схемы я просто нашел резонанс который автоматически регулирует резонанс между первичной и вторичной катушкой если не будет резонанса вот как недавно я читал ну из компьютера вытащили информацию про такого человека его фамилия мельниченко единственный человек единственный материалка с которым я успел за эти последние годы ознакомиться который точно пришел к решению этого вопроса он говорит одно держите резонанс и и все получится он не дошел до трансформатора теслы он сам это говорит мы взялся уже за работу чтобы сделать эту установку но эту установку он сделает по моему еще не скоро но он очень близок и наверное нашему правительству стоит об этом задуматься стоит задуматься о том я не хочу сейчас кого-то оскорбить но уже ученые его куда-то уводят не хочу отказаться от гражданства своей страны и хочу уехать за границу здесь такое творится не поймешь я одно изобретение потерял я заставлял а будто двигатель автомобиля на воде заливал воду и она работала четыре года бомбала эти двери нашего бывшего правительства ничего не получилось а потом вдруг пожалуйста здрасте филиппинец тоже самое зло и патентовал я остался так сейчас под ударом этого второго изобретения я уже под удар не поставлю дадите пожалуйста и покажите поближе поговорите нам они расскажите нам о нем сколько она может стоить в принципе как его можно и он например держите держите вы сказали держите что прижима нас где ваш ребенок вот здесь или же нас держится между первичными вторичными обмотками резонанс резонатор внутри как раз это является как сказать данный момент секретом потому что как запатентуется конечно потом откроется и все будет в порядке но я до этого никак не смог дойти нет у меня тех средств собьют запатентовать продавать не хочется но не знаю или поеду за границу там буду работать и там запатентую или я не знаю но у меня времени уже нет еще один вопрос сколько вам надо средств для того чтобы запатентовать вот ваше изобретение честно говоря я сам не знаю потому что я не имел с этим как говорится дела точно не знаю сколько стоит патентовать эту установку потому что я должен да где в какой стране у каждой стране в грузии это стоит например копейки ну тут надо я не знаю очень серьезно подумать и потом решить что везде запатентовать это считаете что потеря ну не доверие к этой учили к этому учреждению да за границей за граница это может быть и дорого обходится но зато уже гарантированно защищенную твои забыть они ну что у нас здесь установка преобразователь аккумулятор и выпрямитель для зарядки аккумулятора благодаря выпрямителю аккумулятор потом уже снимается ну опять я сказал это можно все в один корпус вложить и все больше ничего будет одна вилка снаружи или две клейни чтобы вот на аккумулятор или или кнопочкой да или кнопочкой прямо и а сколько в принципе нужно денег для того чтобы создать вот такой качественный качественный агрегат давайте я вам скажу так если не если не вот так сказать принять во внимание первые экземпляры если линию построить для производства таких установок я вам скажу максимальную сумму ну она не должна стоить больше трехсот а четырехсот долларов это где-то на киловатт или семьсот восемьсот лари на наши деньги а доллары уже трехсот четырехсот вот скажем так пяти шести киловатт но когда уже будет линия собрана там не надо будет бегать от кого-то скрывать свои секреты и одну часть делать в одну в одном конце города другую в другом еще думать чтобы эти мастера друг друга не знали ну это грузинский вариант так сказать здесь боже упасы что-то проморгаешь и все руку оставишь руку откусят вот это да в последнее место в последнее время храна двух отправиться здесь с и в с в на так что Das ist das, was wir sagen. Es ist eine solche, wie es die Ausdruck ist. Er hat diese Ausdruck gebracht. Er hat sich dann, er hat sich die Ausdruck gemacht und hat die Ausdruck gemacht. 10 Tage er hat er, und dann nach diesen 10-10 Tagen, es hat sich schon seit einem Jahr lang gesagt, was er gesagt hat, was er gesagt hat. Aber ich sehe, dass sie in der Kanzennarie gewöhnen sind. Aber natürlich, wenn sie das nicht bezeichnet werden, dann sage ich es. Petr Mammrad, das ist ja so. Und ich weiß nicht, wie er ist, wie er ist. Er ist ein Physiker? Er ist ein Physiker. 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 Aber 27 Jahre alt. Er hat sich an der Kartei gegeben. Er war Arschitektor. Aber heute habe ich nicht gesagt, dass ich Arschitektor. Ich bin ein Physiker. Ich bin ein Physiker. Ich bin ein Physiker. Das habe ich ihm gesagt. Er ist ein Physiker. Aber ich habe ein Physiker. von dem Apparaten oder der Kanzlerische Arbeit, weil er dort ist. Und ich habe nicht recht, dass es diese Dinge ist. Er hat so einen Ballet hier entwickelt, als der Prämier-Minister kam, dass ich aus dem Kran entdeckte was. Es war ein Schmerz. Als der Prämier-Minister kam über den Kabel und kam zum Kran, Er hat ihm gesagt, dass es nicht mehr gibt. Ich habe mich mit dem Kran über den Kran und mit der Kran über den Kran. Wenn es da war, dann hätte ich mich nicht mehr. Aber dieser Person, ich weiß nicht, was er zu tun hat. Er hat ihn kategorisch geholfen. Er hat einen Experiment in der Kanzlei. Es ist nicht speziell. Es ist nicht so speziell. Es ist nicht abgültig. Es geht nach den Kanzellarien, die ihm, was erneut, und auf die Handeln, auf die Bühne zu bringen. Wir haben verschiedene Fragen. Ich weiß nicht, wie sie gesagt haben, Ich weiß, dass wenn diese Begrüßung die Begrüßung verliert, dann liegt die Levinige Teil der Begrüßung. Das ist die Asträfische Kult. Das ist die Levinige Teil der Begrüßung, weil es die Begrüßung verliert. Und von diesem Ausgleich alle Bedeutung. – Скажите, пожалуйста, вам лично сколько обошлось вот это первичное в суммах? Что вам обошлось? То, что должен был сделать, допустим, один человек, раз, нельзя было это все, надо было быстро сделать, разделили схему на несколько, ну, два десятка почти частей, и вот так разными, по разным местам собрел, мне это обошлось, это где-то уже, даже до восьми тысяч. Ну, когда вот двухсот киловатт не делал, я тоже это же все вот так вот, или вот как нищий, бегаешь, просишь, выпрашиваешь, если дадут, хорошо, если не дадут, то дадут деньги, да, еще там такие претензии предъявляют, что вот, дружеский бизнес, все, долю я сижу, да, какую долю, где, что, пока мы ничего не сделаем. – Кажется, пожалуйста, это ваш дом? – Нет, я на квартире заживел с семьей, потому что мы все продали, что у нас было. На эти установки, на эти, ну, кажется, давили меня уже до ручки. – И наше правительство, и многие ученые, которые категорически говорят, нас не интересуют, потому что этого нет. – То, что мы видели, этого, оказывается, нет. – А как на это смотрит ваша семья? – О, семья, это, извините меня, мне такое предлагали за границей, наверное, сейчас пора за ум взяться и туда поехать, что она чуть ли не каждый день за мной палкой бегает, что, от чего я отказался. – Ну, это, конечно, в шутку уже, потому что от многого хорошего я отказался, и причиной этому было не то, что вот именно я хочу вот эту установку здесь внедрить, да, многие ученые опять же говорят, что вот, если это правда такая хорошая установка, то почему он не уезжает за границу? – Да там же его с руками-ногами возьмут. – Можно говорить что-то, но надо, по-моему, до того пока не сказать, подумать, что говорят. – Не потому я здесь остался именно в Грузии, да, конечно, это тоже в Грузии хочу оставить энергетическую установку, но что за ним стоит? – За этой установкой идет цепь. – Ну, так сказать, оборонного значения. – Этого я хотел оставить у себя в стране. Я это слово не должен был говорить. – Ну, а кто услышит про трансформатор Тесла, там уже любой додумается, что за этой установкой стоит. – Я это сказал и президенту, и премьер-министру. – Ну, я не знаю там, что с президентом делают. – Почему-то я верю, что он не знает правду. – Не знает. – Ну, так сказать. – Ну, это такое. – Альфийск. – Вplin, вектор. – Самилия. – Винтарь, который мы готовы, да. – Винтарь – Ван Садов. – На царь – война. – Альфийск. – Акху-нам я. – Семь? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.